Soll ich irgendwo kurz hier gucken, dass es so aussieht, dass ich genau auf die Kamera gucke, oder? Warte. Geht jetzt, komm mal. Hey, 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 hallo. Wie fahr ruhig. So Leute, wir haben hier einen Rollstuhl mit einem weiten Hockepun. Nein, nein, nimm mal bitte gerade nicht auf. Mann, du hast es gleich geschafft, Stephen Hawking ist im Anmarsch, meine Freunde. Mann, muss du überkehrt uns beim Raunmann. Du bist halt so ein Bett für den Rollstuhl. Einfach. Ne ey, Leute, Stephen Hawking ist im Anmarsch. Ja, MyFlySteven, alias Stephen Hawking. So kann man auch abnehmen, Leute. Ist im Anmarsch. Einen übergewichtigen YouTuber hoch. Hey, willst du mich verarschen? Ich bin nicht übergewichtig. Okay, so ein bisschen so, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ne, ey, komm, weiter. Du hast gleich geschafft. Wir gehen so eine Bergsteigung da hoch und er schiebt mich gerade im Rollstuhl so. Los, Marvin, komm. Motivier mich, mich dich noch herumzuschieben. Ja, warte, komm, ich helfe dir auch zum Anfahren. Komm, komm. Den Berg hochzuschleppen ist eine Folter, dich unbeschreiblich. Ey, komm, ich schieb dich schon durch halb beiden auf. Wenn ihr abnehmen wollt. Jeder guckt mir zu. Wenn ihr abnehmen wollt gemacht habt. Junge, jetzt werd noch nicht zu frech, du Arschleuch. Du sitzt im Rollstuhl. Lauf doch weg. Okay, tschüss. Und das alles umsonst. Du bist so dumm. So Leute, wenn ihr den da, den da. Ne, halt. Das da. Digga, ich dachte, du hast mich. Bist du bekloppt? Bist du bekloppt, Mann? Ne, ich hab dich nicht, wenn du... Du siehst doch, dass ich neben dir stehe, Alter. Willst du einen Unfall bauen? Nein! Nein! Hör aber auf. Halt mich doch einfach fest. Ich mach mir das Leben noch schwer genug. Ich will jetzt aber auch mal aufnehmen, du Horst, Alter. Komm, dann heb du die Kamera mal eben für den MyFly Channel. Ich schiebe dich. Ich schiebe dich. Ich schiebe dich. Das war ein Schuss. Bürgersteig, wie wärst du damit? Hebt das mal höher. So, bereit? Nein, Bürgersteig. Ja, okay, komm. Bürgersteigen! Vorsicht, da sind Treppen, ja. Oh, du hast echt Spaß mit dem Teil, oder? Alter, sind ja gar keine Treppen. Scheiße! Was hast du vor? Ey, bist du dumm, Mann! Alter, ist ja schnell! Boah! 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 In einer Berechnung zufolge kommt der nächste Bus in 7 Minuten. Auf zum Bettmobil, Spaßgein! Und was hast du da schon wieder geholt? Einen Rockstar Energy mit dem Mango Orange und Passionfurt, der ist voll lecker. Der schmeckt scheiße. Du hast ne Bus-Fahr-App, also so ne App von Bussen, hier in Siegerland. Das heißt, du siehst immer, wann Bus kommt. Nee, ich hab nur die, die hoch zu mir. Dann hast es halt auswendig geht, du hast auf dem Fall gar keine magischen... Fünften Generation Hinzucht! Du bist echt scheiße, weißt du das? Och Mann, Marvin, jetzt nicht noch in Geißweid. Lass es doch einfach mal. Marvin, es sieht jetzt nicht nach das aus, was ich gerade gesehen habe. Mann, die ganze Scheiße regt mich auf. Langsam rechts, Alter. Wir sind jetzt hier in Geißweid. Bisschen am Chillen. Du siehst voll die Geißweid-Chiller geworden, Spaß. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht, sind wir nicht. Wir dachten nur, wir kommen mal an einem Samstag, just for fun nachts, nach Geißweid. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich wieder nach Weino. Oder eventuell auch direkt nach Siegen. Und gucken mal, was heute Nacht noch so geht. So Leute, wir haben jetzt halb neun rum. Wir sind hier mal an der neuen Strandpromenade, mitten in der Siegener Innenstadt. Wir laufen jetzt hier bei der Commerzbank-Gebäude. Stimmt's, Marvin? Fuß auf Klo. Willst's nochmal beim Pisten gefilmt werden? Spaß. Nein, 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 nein. Der Witz ist ausgelutscht. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, was heute noch so macht. Willst du die Blende machen? Leute, ich hab zwar gerade Taschlampen an, aber seht ihr dieses Licht? Ich soll das nicht reinlassen. Seht ihr dieses Licht? Doch, man sieht's. Ich soll's besser nicht rein. Ganz locker, da oben in den Himmel geht's. Es ist leicht, kommt langweilig runter. Ja, ich weiß. Ah! Stopp! Hast du dich jetzt echt erschreckt? Ja! Ich hab zwar damit gerechnet, aber ich wusste nicht genau, wo du jetzt standest. Wie geil! So Leute, wir laufen hier in die Martini-Kirche. Oh Marvin, ey. Sorry. Was soll man mal beschrecken jetzt? Ja, tut mir leid. Aber ich wundert's, dass der Park jetzt geöffnet hat. Halt mal, das ist kacke nicht, die Martini-Kirche. Hä, wir sind noch nicht im oberen Schlosspark. Generell, dass das Tor offen hat. Achso. So Leute, da noch mal der Scheinwerfer dahinten, den sieht man ganz leicht da. Das sieht aus. Der geht in Wirklichkeit bis da oben, aber das sieht man nicht mehr. Das sieht aus wie New York City hier. Oh, Downtown! New York City! Oh, bist du bekloppt, ey. Da unten gucken alle nur, weil du New York City schreist. Downtown forever! Feiner Town! Oh Gott. Wir haben uns Ganten heute. Nee. Uh! Die kommen hoch, lass mal bitte gehen. Ich sag, die wollen einfach was. Ja, ich hör. Alter, lauf! Ah! Ah! Ja, Spaß. Natürlich will uns hier keiner was tun. Außer die vollgesoffenen, von denen wir uns fernhalten. In dieser Kirche wurde mein, ähm, Opa bestattet. Bestattet? Ja, also nicht. Ich bin ja nicht. Komm mit. Weeeey! 1-0! Spaß! Weeeey! Was? Im Ernst, man könnte meinen, wir haben auch was gesoffen, ne? Nee, Spaß. Was denn? Ah, ich dachte, es war gerade falsch. Was? Ich dachte gerade, das wäre scheiße. Leute, das ist ein ziemlicher Nachtvlog. Ich geh da nicht hin. Ja, hätte ich dir jetzt auch nicht empfohlen. Komm, wir gehen mal weiter. Hier mit den Styler-Schuhen, mit dem Styler-Mantel. Mann, komm. Trepp mich hoch. Hallo. Komm. Och, nee. Nee, das nehme ich jetzt nicht auf, was der da hinten am Gebüsch macht. Das, äh... Warum? Naja, hab ich auch nicht. Ah, scheiße. Scheiße. Ich wollte mal ganz kurz, ganz kurz... Richtet ihn mal auf mich. Ich wollte gerade ganz kurz mal dir danken, ne? Man sieht dich kaum, sorry. Ey, du siehst ein Ikea-Zeichen. Im Nebel. Ikea! Ja, sieht man ganz locker da hinten. Der Punkt da. Der da. Der Punkt da. Das ist Merkur-Zeichen. Ja, was wolltest du sagen? Ja, finde ich scheiße, dass du es doch aufgenommen hast. Hey, was denn? Der ist im Pissen da. Hey, ich hab's noch nicht mal gefilmt. Ich war da... Leute, Leute. Siegen ist einfach witzig, weißt du? Das ist witzig. Wisst ihr? Dass man um 9 Uhr schon so stark auf Folge socken Leute hier sehen kann in Siegen. Das ist schon... Das sind alles Familienväter hier, weißt du? Ja, ja. Und die haben grad... Die haben grad richtig laut Arme Nachkommen gerufen und irgendwie auf einmal so richtig laut geschenkt. Ja! Das ist immer so lächerlich hier in Siegen. Was? Dafür geht man eigentlich nach Köln. Dann siehst du normale Leute. Das hier ist doch lächerlich. Wisst ihr? Ich find das jetzt gerade mal mega, mega geil hier. Einfach mal in Siegen um 9 Uhr zu chillen. Hier ist nix los, außer nur besoffener auf der Straße zu tatschen. Ja, liebe Familie. Ich weiß, das ist vielleicht gefährlich für mich. Keine Sorge. Ich kann auf mich aufpassen. Und ja... Juckt mich die schon jetzt erst mal ein Bier. Hä? Hä? Wo ist es mich grad schlagen? Spaß? So Leute, hier Siegener Rathaus, ne? Da sind so richtig geile Lichter, das Murphs da. Und da ist was Krönchen bei Nacht! Mit Beleuchtung und... Ja, keine Ahnung. Eigentlich voll chillig hier. Und wir gehen jetzt erstmal gucken, was noch so geht. Weil man muss ja auch mal, wenn man jugendlich ist, nachts mal ein bisschen auf die Tür kommen. Dann mal ein bisschen rumrennen. Marvin, mal sieht dich kaum. Stell dich bitte unter so einen Scheinwerfer mal. Egal, stell dich da unter so einen Scheinwerfer, komm. Jetzt sieht man dich wenigstens. Alter, das ist echt ein geiles Bild. Leute, MyFly rennt jetzt da den Brunnen hoch. Alter, hier ist hier Eis. Oh, schade, ich dachte, du hast da reingelaufen. Nee, so blöd bin ich nicht da in das Eis reinzurennen, ey. Ist das rutschig? Mal erstmal testen, Spaß. Ja. Komm, wir gehen. Lalala. Jetzt mach ich noch eine Drehung auf dem schönen Teil hier. Lalala. Marvin, es dreht sich nicht. Oh fuck, oh shit, oh shit, jetzt dreht sich. Bis. Oh Leute, das Krönchen läutet, ne. Ja, Spaß, das Krönchen in Siegen hat geläutet, da oben schön angeschwalt. Und wir haben jetzt 9 Uhr. Das MyF guckt ich gerade noch eine Videoszene von eben an. Die ihr vielleicht auf seinem Kanal bald sehen werdet, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt mal so seht, da unten ist der Marktplatz. Hier geht so eine Straße her, da fährt ein Auto, da ist ein Wushalte, lalala. Dann geht es da hinten noch irgendwo ins obere Schloss da zwischen den Häusern her. Wo wir aber jetzt nicht hingehen, weil das obere Schloss wahrscheinlich schon zu hat. Das MyF nimmt gerade wieder auf, stellt sich auf dieses Drehding ins Kirchen. Hoffentlich legst du dich jetzt aufs Board. Hey, hey, dreh mich mal wieder an. Ne, muss selbst machen. Ja, warum geht das alleine? Ja, weil es von alleine geht. Komm, ich dreh dich, warte. Warte. Oh, ist gut, ist gut, ist gut. Wenn du dich, guck mal, tu deinen Körper nach außen verlagern, dann wird es langsamer. Wenn du ihn mehr nach innen tust, wird es schneller. Oh, dumm ey. Dumm, 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 dumm. Ja, das ist das Krönchen, Leute. Ziemlich schöne Kirche eigentlich bei Nacht. Ziemlich gut, das Licht geht nachts um zwölf aus. Das kann ich nämlich von zu Hause aus sehen. Und dann geh erst nachts um zwölf aus. Und jetzt, Marvin, warum legst du dich jetzt schon wieder hin? Du hast nichts gesoffen und fällst fast um. So Leute, hier haben wir so ein Drehbuch. Ich hab mir jetzt auch ein Pferd geholt. Und das klemm ich mir jetzt hier unter die Beine. Und dann galoppieren wir davon. Hey, pass bitte mal auf mit dem Pferd. Da können sie nicht einfach hier so rumrennen. Ihr scheiß Pferd. Das Pferd muss an die Leine. Ich hau dir eine, wenn du noch mal mit dem Pferd kommst. Aua, Aua, du Arschloch. Bist du gerade ernsthaft auf den Pferd gerutscht? Und, woher? Ja, hier. Ja, im Sommer. Ja, natürlich, im Sommer. Ja. Und im Winter, es ist zu kalt. Nein, ich weiß nicht. Deine Kamera ist nicht so gut. Es ist nicht so spannend. Was? Ich habe meine Kamera. Hey, wir haben YouTube-Videos, YouTube-Filme in Englisch. Ja? Er ist der König? Was? Er ist der König. Ich weiß nicht bei allen. Das Murph hat gerade seinen ganzen Hater getroffen, ne? Wir grüßen den achtjährigen ... ... und dann einen dreißiger und den neunjährigen ... ... oder wie die sich alle genannt haben. Jochen Kindler. Geist-Bite-Gangster. Irgendwie so ein Scheiß. Keine Ahnung. Wir grüßen euch, ne? Wir haben euch ja auch gerade da hinten an der Ecke irgendwo getroffen bei Favorite Chicken. Ganze Hater-Community. Ja, auf jeden Fall muss ich meinen Wurst jetzt noch kriegen. Das war's von uns beiden. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Bis bald. Ciao.